Die Namensgeberin des heutigen Schulkampus, Hannah Höch, war Dadaistin und vertrat damit eine Kunstbewegung, die ohne Rücksicht auf Logik, Moral oder Konvention provozierte. Blättert man in der alten Schulbroschüre für die damalige Grundschule, dann steht da, Mädchen stecken die Köpfe zusammen, um eine Partnerarbeit in Mathematik zu erledigen. Ein anderes Kind übt mit einem Lernprogramm Englisch am PC, während drei Lernanfänger auf dem Fußboden ein Puzzle legen. Die Schule fragt sich selbst, was hat denn das mit Unterricht zu tun? Weiter heißt es, ein Junge drängt auf dem Freigelände zwei Mädchen vom Trampolin. Eine ältere Mitschülerin schreitet ein und nach einer kurzen Diskussion lässt der Junge die beiden Mädchen in Ruhe hüpfen. Wieder wird gefragt, wo bleibt denn da der Lehrer? Und dann mit Bus und U-Bahn in den botanischen Garten fahren, Schach spielen, in der Matschepampe-Zone auf dem Freigelände Kanäle bauen, zusammen essen, einen Sketch fürs nächste Schulfest vorbereiten. Und das soll Schule sein? Auf dem Hanna-Höch-Campus lernen Kinder unterschiedlichen Alters von und miteinander. Zusammengefasst werden in der Primarstufe jeweils die Jahrgänge 1 bis 3 und 4 bis 6. Fließende Wechsel zwischen den Lerngruppen erleichtern leistungsstarken Schülerinnen und Schülern das Überspringen einer Jahrgangsstufe bzw. leistungsschwächeren Kindern den längeren Verbleib in der vertrauten Lerngruppe. Die Individualisierung des Lernprozesses bildet dabei den Ausgangspunkt für das pädagogische Handeln. Ganz schön provokant. Die Individualisierung des Lerngruppen